Wer ist von Deutschland der wirkliche Chefunterhändler, also der wirkliche Chefverhandler da vor Ort? Das wird ja nicht die Kanzlerin sein, das wird ja wahrscheinlich auch nicht Frau Hendricks sein, oder? Wer sagt, okay, das unterschreiben wir oder das nicht? Der BDI. Ja, die deutsche Industrie spielt im Hintergrund natürlich die entscheidende Rolle und die Kanzlerin hat ja schon öfter in der Klimapolitik deutlich gemacht, sie wird nichts zustimmen, was gegen die Interessen der deutschen Industrie ist. Das letzte Beispiel war bei den Richtwerten für Automobile, wo wirklich ein Kompromiss in Europa schon stand und in der letzten Minute dann die Kanzlerin reinkam und das Ganze nochmal etwas verwässert hat. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich wollte gerade sagen, der BDI verhandelt. Der agiert im Hintergrund und hat natürlich enge Drähte dann ins Kanzleramt. Martin Kaiser heißt der. Und da war am Ende die Frage, wer muss dann da am Ende in Paris, wenn bei der Weltklimakonferenz ein Kompromiss gefunden ist, wer muss von Deutschland da zustimmen? Und da meinte er nicht die Kanzlerin, auch nicht die Umweltministerin. Ich weiß nicht, ob der Kaiser zustimmen muss, aber... Nee, er nicht. Die sind ja nur Beobachter. Aber er meinte, am Ende muss das grüne Licht vom BDI kommen. Also das überschätzt er mich ein bisschen. Ich muss da nochmal nachgucken. Nein, Quatsch. Also die BDI ist auch als Beobachter da, als Ratgeber dabei. Aber wir sind mit Sicherheit nicht in den Entscheidungsprozess einbezogen. Das machen die Ländervertreter. Ich schätze mal tatsächlich eher die Bundeskanzlerin als irgendjemand anders. und... Chefverhandlerin ist die Umweltministerin, denn Klimapolitik ist dort angesiedelt und sie ist dann auch diejenige, die Deutschland da vertreten wird. Die Kanzlerin wird am ersten Tag kommen und hoffentlich was mitbringen. Vielleicht den Kohleausstieg bis 2050. Und dann gibt es die Staatssekretäre, die da sein werden und dann das ganze Verhandlungsteam aus Umweltministerium, aus Außenministerium, Wirtschaftsministerium, Kanzleramt, die da ganz eng zusammenarbeiten wie bei allen Regierungen. Denn es geht nicht um ein Umweltthema. Es geht um einen grundlegenden Wechseln der Wirtschaftssysteme bei der Frage Klimaschutz. Das ist aber ein gutes Thema. Es kommt nicht auf den BDI an. Es kommt auch nicht auf die Bundeskanzlerin an. Es kommt auch nicht auf die nationalen Leistungen an, die wir als Land Deutschland wollen, sondern da sitzen 100, ich weiß nicht wie viele Länder, 150, 180 ehrlicherweise, weiß ich jetzt wirklich nicht. Das Wichtige ist, wenn wir da eine globalen Strategie entwickeln, dass alle mitmachen. Wir können den weltweiten CO2-Emissionen nur dadurch reduzieren, dass alle mitmachen. Deutschland alleine, Europa alleine schafft das nicht. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Das heißt, alle mitmachen. Wir müssen einen globalen Kohlendioxid-Handel irgendwie verabschieden, an dem wir uns alle handeln. Der funktioniert. Dann müssen wir natürlich den schwächeren Ländern durchaus helfen. Der natürlich funktioniert. Ich meine, das ist klar. Der muss jetzt funktionieren. Der jetzt funktioniert auch, aber der hat natürlich zu niedrige Preise. Dadurch hat er die Lenkungsfunktion nicht. Die war da im Zuwilligen. Aber da müssen wir ein globales Instrument schaffen. Wenn das dann auch funktionieren soll, klar, muss auch funktionieren. Wenn das zu höheren Preisen, das war ja deine Aussage gerade oder die lag halt in der Frage dazwischen. Wenn wir höhere Preise für eine Tonne CO2 haben, dann erfüllt dieser Handel die Lenkungsfunktion eher. Dann muss man wieder aufpassen, dass die Industrie dadurch nicht über die Wupper geht, auf gut Deutsch gesagt. Weil dann ist es uns auch nicht gedient. Also ohne Industrie, wie gesagt, sind die Lebensbedingungen auch nicht so schön. Das ist ein ausgewohnenes System. Wichtig an Paris ist, dass wir eine globale Regelung finden, globale Ziele finden, globale Vorgehensweise verabschieden. Wer auch immer, wie gesagt, der BDI ist da in den Zustimmungsprozessen nicht involviert. Der kann gute Ratschläge geben. Müssen wir natürlich nur anhören. Aber wir müssen globale Regeln finden. Nationale Alleinigänge sind gerade bei diesem Thema überhaupt nicht zielführend.